8 Nein ich will ihn nicht retten dann wiegen wir wieder so viel und dann ohne den Typen total am durchrasen boah Diddy Kong Country ja warum nicht boah du bist doch so ein ich hab den vergessen ich war grad am lachen da der kommt jetzt boah hat das geleckt bei mir boah jetzt du bist so scheiße wir sind zu sagen ich bin wie so schlecht kann das jetzt ist es für mich nicht an uns oder am spiel in den nächsten Prozent du wichst und du weißt genau dass du jetzt stirbst das ist an so einer Pizze scheiße voll der Mini scheiße mein Ohr es geht so drück mal es direkt ist ne gute Taste ey das geht doch das geht doch gar nicht so schlecht können wir doch gar nicht sein oder oh fuck aber was ist denn mit dabei scheiße peinlich ich glaube wir schaffen kein Lohren Level es gibt nur das eine echt ist ja eklig ich fasse grad echt nicht weil normalerweise die sind ja immer an der gleichen Stelle ha fiktig ha 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 das musst du dir auch angucken auf Youtube ich weiß du wurdest getroffen ey ich wurde getroffen aber irgendwie nicht ne ja das hatte ich gerade dreimal bei dir ha 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 spring gleich wieder jetzt und jetzt ha 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 du wirst ha 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 du wirst du jetzt schaffen ich glaube wir werden die Schaufe jetzt schon mal irgendwie ne Abgrube ey ha ha das wird schon wieder gerammt bei mir ich hoffe das Spiel happy beendet boah 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 waren das für'n Gruppeljump noch hinterher Achtung ich konzentriere mich nicht jetzt und jetzt und jetzt boah und pass auf du hast gesagt pass auf du musst springen wenn du das gehst ich wollte gehen nicht haben das ist aber genau der Fehler du musst das geh da kriegen komm jetzt machen wir das ach du schastert das sowieso nicht ich komm schon über das erste in der nest guck und nicht an der gleichen Stelle ich hab' boah ich wär' schon weiter boah du bist doch so ekelhaft Achtung jetzt jetzt das liegt ja nur an dir dass wir hier fehlen das ist dir schon bewusst ne alter ey wie wie viele leben verschwinden wir hier noch wir sind glaube ich mit 23 reingegangen so konzentrieren das hat youtube noch nie gesehen sprung das Geräusch gerade war übrigens von Tangle ja sprung was für'n Geräusch von Tangle ein Geräusch von Tangle kam gerade ja aber weshalb ich glaub da passiert irgendwas dann ich hab's geschafft lol bei mir warst du im Gegner lol lol er ist nicht gesprungen skill spring wieso kann man die Gegner nicht töten weil die in der Lore sind ja egal wir zwar auch aber spring ich mit der Lore auf deren Kopf und dann ist okay ne dann entgleisen wir boah du wurdest schon wieder erwischt ne bei mir grad echt abnormal überhaupt nicht ich liebe die Bugs ey er springt nicht ey was soll denn das ich war gerade voll konzentriert ich will das Leviert schaffen Manu ich aber nicht du bist so scheiße wieso springst du so früh keine Ahnung ich hab das Gefühl er kommt jetzt er kommt jetzt er wird mich schlagen lass uns hier mal tauschen damit du das weitermachen kannst wie soll ich denn tauschen geht da nicht nein schade du könntest abklatschen in in der Lore in der Luft genau boah so full concentrated power of sheet fliegt drüber fliegt drüber ey ich bin gesprungen steig aus dem Bett pass auf da kommt jetzt noch der eine Gegner und da auch boah und jetzt kommt noch der eine ey ey dieses kack Lore Level ne warum kannst du das nicht machen Manu dann lass mich jetzt aber geht ja nicht ey du du bist geil ey äh ha warum hast du nicht gesprungen weißt als Kind hast du das im ersten Versuch gemacht ja ja blind angefangen first try und wie warum hast du dann grad gesagt dass du Teil 2 nie wirklich gezockt hast als Kind mal zu schwer war weil Teil 2 voll schwer ist ja super Teil 2 finde ich glaube ich einfacher als Teil 1 ey er springt nicht nup dir ist schon klar dass du den Server haustest ne und somit es ist der Controller der nicht fickt bei mir dann nimm Tastatur man ich spiel doch nicht mit Tastatur dann kann ich mir gleich einen Schwanz abschneiden ha 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 Junge ich spiel auch eigentlich alles mit Tastatur ich sag ja Schwanz abschneiden so cool so konzentrier dich ne warum brauchen wir nicht pass auf so jetzt kommt der eine bin ich schon am Geh oh ich hab grad ich hab grad so Bananen geguckt du bist so ein Wichser ich mach's es nicht war ich schon am Geh du wärst schon lange vorbei das wird nicht mal angezeigt weil wir schon angesammelt haben ach so und ich warte auf das Geh so ein Spaß du musst hier doch vielleicht mal die nein kann ich nicht mehr kann ich nicht nach dem 20. Versuch in a row ich glaub würden wir hier die Basam Bananen nicht auf dem Weg sammeln wenn wir schon lange gehen schon lange gehen ja bei mir wurdest du schon wieder erwischt das ist so dumm ja ey ich hasse es ich war grad am nachdenken was als nächstes kommt in der Strecke da war das Geh und jetzt kommt die Geldstrecke jetzt kommt zwei Nachdenan zwei zwei jetzt kommt der eine gleich wir arbeiten uns voran und sehen sie heute das Lorenlevel zum 34. Mal steig aus dem Bett ein oder zwei Parts jetzt nur Lorenlevel ist doch egal ich mein nur ist mir voll waning wie entweder ey 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 er wurde mir nicht angezeigt er wurde mir nicht angezeigt ich bin aus Reflex ja guck dir an er wurde mir wirklich nicht angezeigt ja ja auf der Minimap ne ja da auch nicht ich bin aus Reflex gesprungen und dann boah G das war's G den hab ich ja total vergessen und warum bin ich so früh gesprungen verstehe nicht konzentrier dich mal WTF du kommst doch nie weit du stirbst immer am Anfang konzentrier dich mal die ersten Hindernisse sind auch die schwierigsten genau ach jetzt fängst du an das ist okay echt? ja schade ich wollte drüber springen und tot ach komm als ob du das schaffen würdest ey ich mach das jetzt Manu nein ich mach das jetzt ich kenn nicht tu mir leid ich mach das jetzt du wirst jetzt gleich krepieren stirb danke du hast mich aus der Ficke gebracht genau das heißt wenn ich jetzt ruhig gewesen wäre hätte ich das jetzt geschafft ja ich hätte es geschafft Manu mh genau Optimist pessimist nein ich bin Optimus Prime ich bin Optimus Prime das Leben eines Pessimists und eines Optimists unterscheiden sich nicht unbedingt der Optimist lebt nur glücklicher ups boah ich hab schon gedacht ich wär daneben gesprungen so wie ich ja aber du bist ja nach rechts gegangen ich hab einfach nur Sprung gedrückt so wie ich so jetzt kommt der Wichs Wichser ich hab gedacht ich muss noch einmal springen bevor der kommt wie wär's denn wenn du einfach dauerhaft springst denn es ist die beste mich an der Torbofunktion du bist so dumm wir müssen das Level schaffen und übersprich die Kiste Aua ey bei einem Leben gehen wir aber weg bei einem Leben gehen wir ins andere Level nein doch sonst gehen wir gehen auf wir haben lange nicht mehr speichern es ist egal wir müssen das Ende zeigen ja wir gehen dann speichern dann gehen wir zurück nice hier an der Stelle eine ganz kleine Anmerkung leider war's das jetzt erstmal mit dem Level und mit den nächsten Zweien in dem Moment wo ich da gestorben bin hatte ich leider meinen Player auf den Tisch unsanft gelegt sagen wir es so und er ist auf die Taste gekommen vom Fraps Programm dadurch hat's aufgehört aufzunehmen das haben wir erst gemerkt nachdem ich das gerade durchgegangen bin glücklicherweise haben wir nach zwei Leveln weiter aufgehört wir hatten das Level auch kurz danach geschafft das heißt im nächsten Part werden wir dann wieder zurückgehen Slogan Level nochmal machen und die nächsten zwei und ja dann habt ihr nochmal alles gesehen aber dass ihr euch jetzt nicht wundert dass es hier abgebrochen ist tut uns unheimlich leid beziehungsweise mir und Manu konnte ja nichts für ja Entschuldigung und dann sitze ich dann wieder im nächsten Part tschö 25 3 5 7 5 7 8 8 7